Bist du bereit? Wofür? Oh, oh, wow. Äh, okay. Echte Kerle. Durchgeknallte Turteltaume. Na dann los. Hallo? Hey! Was machst du da? Was? Na das, was du wolltest. Aber mal ganz blöd gefragt. Äh, was, äh, was machst du denn? Ich versuche von hier zu fliehen. Oh, äh, ja, ja, fliehen. Das hatte ich auch gerade vorher, als ich das da eben gemacht habe. Warte, warte, warte. Hast du allen Ernstes gedacht, wir würden uns küssen? Nein, 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 nein. Die Nuten. Oh je, Mine. Ich denke, sie brauchen etwas Hilfe. Äh, ich weiß, welche Wirkung meine Federn haben, aber ich bin nicht so ein Vogel. Okay, damit habe ich echt nichts zu tun. Aber, du musst zugeben, das ist ein toller Song. Naturally, ihr Singliner. Wow, das ging ja fix. Lionel Richie funktioniert jedes Mal. Ich bin ja, das warst du für mich. Ich hab mich auch gar nicht reißen. Okay, ich bin ja. Hmm. Ich bin ja, du bist.